Wie brauchst du heute Social Media und wie könnte Stadt Bern in Zukunft digitaler werden? Stadt Bern macht für das ein City Lab hier in der Halle 1.1. Und hier gibt es einen Videopodcast, wo du mit Mara, Mrs. Fluffl und mir über alles reden kannst, was dich beschäftigt. Wir starten heute bis am 12. Mai, immer von 12.00 Uhr bis 1.00 Uhr und von 4.00 Uhr bis 5.00 Uhr, wo du vorbeikommen kannst. Also wenn du Bock hast, von uns interviewt zu werden, dann geh dir das Mathe und komm vorbei.